Alles Gute zum 150. von 1860 und gut, die nächsten 150 werde ich wahrscheinlich nicht erleben, aber ich hoffe, dass ich zumindest noch einen Aufstieg erlebe und noch viele schöne Jahre in der ersten Liga mit 1860 erlebe. 1860 ist mein Lebensunhalt, richte eigentlich mein ganzes Leben nach 1860 aus, habe sehr viele schöne Momente mit 1860 erlebt und richte auch wie gesagt alles danach aus. Ich bin seit 1964 dabei, seit dem Pokal-Endspiel 60 gegen Frankfurt in Stuttgart und habe auch wie gesagt sehr viele schöne Momente erlebt mit 60 und möchte es auch weiterhin so erleben.